Gott, unser Vater wird hauern, Pfarrer Peter Polas. Er hatte stets ein offenes Wort für die sauberen Leute der Menschen. Wir richten unsere Bete an. Für die kranken, einsamen und altbewahrten Menschen in unserer Stadt. Für alle, die in einer unsicheren Diagnose sind und ihr entgegen sind. Für die, die in diesen Tagen in ein Krankenhaus eingehen wird. Für alle, die Menschen in Not beistehen, sie besuchen und begleiten. Für alle, die unter ungerechten Strukturen Gewalt und Krieg leiden. Für alle, für die Flüchtenden, die bei uns Zuflucht suchen. Für die Armen in unserer Stadt und in den Ländern des Südens. Für alle, die Wege zu Gerechtigkeit, Toleranz und Frieden suchen. Für alle, die sich engagieren. Für alle, die auf der Suche nach dir sind. Und alle, die es aufgegeben haben, dich zu suchen. Für alle, die in den Ländern des Südens. Für unsere Kirche, als das Pilgern im Volk Gottes, auf den Weg durch die Zeit. Für die Verantwortlichen in der Kirche, wenn sie die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten. Für unseren Papst Franziskus und Bischof Georg. Für unsere Kirche, als das Pilgern im Volk Gottes, auf den Weg durch die Kirche, auf den Weg durch die Kirche, auf den Weg durch die Kirche, auf den Weg durch die Kirche. Schenke Heilung, den Wunden der Trennung zur rechten Zeit. Schenke uns die Bereitschaft, in der Stunde unseres Todes uns vertrauensvoll in deine Hand geben zu können. Für die, deren Sterbestunde bevorsteht. Für Peter, für Peter, für Peter, für Peter und all unseren Verstorben. Amen. 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 Amen.